Hallo, ich bin Axel Schulz, der früher mal eine Box hat und viel vorm Kopf gekriegt hat. Axels Pulled Pork, total leckeres Burgerbrötchen. Ich habe natürlich auch für die ganze Familie den Axels Vier-Gänge-Menü. Meine Currywurst in Glas, mein Pulled Pork, mein Chili Konkan und mein Schaschlik ohne Spieß. Das passt natürlich auch perfekt zum Reis, zum Salat, zu den Nudeln, zum Kartoffelpüree, aber auch, was gesundet, den Salat. Mein Tipp beim Pulled Pork, Stück Butter, nicht essen, nein, damit rennen. Und das wird so lecker. Und jetzt mit der Butter im offenen Glas, zwei Minuten. So, der Pulled Pork ist in der Mikrowelle. Mein Tipp, jetzt könnt ihr noch eure Brötchen oder eure Toast beschmieren mit eurer Lieblingssoße. Bei mir ist das hot and spicy. So, Freunde, wer mag natürlich auch Porzellan, aber da bin ich hier wieder und ich mag jetzt so ein bisschen rostikaler und deswegen so mit der Butter drin. Total lecker. Direkt aus dem Glas. Hammer. Hier mein leckere Pulled Pork, am besten im Burger, da ist sie total lecker. Und so ein Fall sind mit meinen Pulled Pork im Glas. So, Freunde, ich hoffe, ihr konntet jetzt viel lernen. Also mir hat es total geschmeckt, war alles super. Und deswegen, wenn es euch nicht geschmeckt hat, könnt ihr ja noch mal vorbeikommen. Liebe Grüße und bis bald, euer Axel. Wer schickt? Nee. Nee, du musst doch ein bisschen warten. Entschuldige, bitte. Nee, ein bisschen warten, musst du, glaube ich. Porzellan, aber bei mir geht es nur aus der... Ja. 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 Ja.